Ich will noch ein paar mal aufrufen, damit das auch klar ist. Also mindestens 13 können den Helfer da nochmal den Stimmzettel abgeben. Können auch mal 13 mindestens höchstens 15. Ein sozialpolitischen, sozialversicherungsrechtliches Thema aufzugreifen ist notwendig. Wichtig ist aber auch, eine Politik, die sich nur einen Schluss zu machen, mit einer zu unteren Koppelkampung, zu verdammt 1.000, als sich wohl der Abstiegstexte der Mittelschichten gejagen. In der Neuorientierung von Beruf, beruflicher und beruflicher, in der Betriebe in den Berufs. Heute verdient der Wiener, sind Service und Bildung. Heute ist hier 30 Cent von Eingrückung in den zwei Jahren, etwa mit der HVG und dem Sintegesetz, erste Fortschritte aufgemacht, was der Gesetz wieder tun kann, da ich mich nur zu stärken. Die letztendlich eine Abwehrung von... Untertitelung des ZDF, 2020